Musik 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 Ich kann es kaum erwarten endlich nach Bremen zu kommen, weil Bremen ist so eine furchtbar schöne Stadt. And I love the place, because it feels always like an Achterbahn. If I work... Yeah! Fresh! Wir sind in Bremen. Musik Hey man, I'm like a heart Jammeram Jammeram show Oh yeah! Musik Lopine still Lakaie Aber sag mal, bemerkst du das, also selbst an dir manchmal, dass du dieses südländische Feuer hast? Ähm... Ja Woran? Ähm... Zum Beispiel, wenn ich aufstehe in der Früh und mich rasiere, im Gesicht und das Bad verlasse und dann unten an der Garderobe wieder in den Spiegel schaue und der Bad wieder genauso ist wie vorher. Hast du einen Rasierer dabei? Nee Ah, ich brauche einen. Sollen wir uns einen kaufen? Ich rasiere dich. Ich rasiere dich. Hahaha Hahaha Musik 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 Schau dir dieses... Diese Spezie ist an... widerlich. Ja Musik Er sieht uns auch gar nicht, ne? Das ist das Coole. Alright, kleiner Drive-Bar hier in Bremen im Second-Hand-Store. Jameram macht eine kleine Pause, bevor es dann zum Soundcheck geht. Hier gibt es geile Sachen, wie zum Beispiel dieser Schuh, aber alles, nichts gegen Fresh Lino Wharton, Laser Wharton. Musik Oh yeah! Holy shit! Wie verformt das, man? Das Problem ist, dass irgendein Sessel Furzer auf die Idee kommt, es zum Problem zu machen. Musik Schmerzen in Herbepferzen, ich habe Schmerzen in Herbepferzen. Willst du eine einlaufen, musst du eine einkaufen. Stahlalalalalalalala Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wie ausgeschissen. Musik Jan Delay ist doch out. Jan Delay ist überhaupt nicht out. Jan Delay ist einer der wenigen Künstler, der es schafft, sich immer wieder neu anzupassen. Auf Radio Gong vielleicht. Hat der Maul. Damit hat Radio Gong nichts zu tun. Seit Jahrzehnten ist es so, dass Bands Sticker platzieren in allen Locations. Und die Locations sind natürlich dementsprechend ganz schön zugestickert und man begegnet den gleichen Nasen immer wieder. Geliebte Freunde. Leute, mit denen man jahrelang unterwegs war. Und dann auch ab und zu wieder neue Gesichter. Was ich persönlich gut finde, dass unser Lichttechniker TomTom, auch wenn er mal nicht dabei ist, trotzdem in jedem Club auf uns weitergeht. Ich liebe dich, du bist so nett. Und ich hoffe, dass du wieder zurückkommst. Und dann wieder zurückkommst. Ich will wieder zurückkommst. Ich will wieder zurückkommst. Und jetzt, du weißt, du weißt, du weißt. Ich will wieder zurückkommst. Ruhefeier, Mann. Cool. Bremenale. 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 Untertitelung des ZDF, 2020